Ich bin weiterhin im... Du bist doch wieder hier. Guck mal, ich hab jetzt extra... Ich bin heute eigentlich ein anderer Tag. Ich muss mich sehr dran gewöhnen, nicht so einen Code zu sagen. Das ist noch drin. Wir sind in der Zubox. Wir sind jetzt richtig in der Zubox. Und das ist Video 1 von 4, die wir jetzt hier machen. Zum Thema... Ja, 4. Zum Thema Fische von verschiedenen Kontinenten. Und zwar machen wir nämlich ein Video zu Australien, zu Südamerika, zu Asien und zu Afrika. Und starten jetzt in diesem Video mit Südamerika. Da gibt es ja irgendwie am meisten von. Ja, das denke ich nämlich auch. Aber was ist eigentlich unser Plan? Ich weiß, was wir machen wollen. Der Plan ist, ich möchte... Aber wir haben ja Südamerika, sag ich mal, da oben. 2 cm. Ich hab's aber auch da. Und da hab ich auch nochmal da hinten. Und diese Varianz würde ich schon gerne abbilden. Und immer mit so 1, 2, 3 Dingen, die dir vielleicht entweder als sehr interessant vorkommen oder die du für vielleicht unterrepräsentiert hältst, die man vielleicht mal mehr ins Rampenlicht rücken wollte. Es müssen nicht die ganzen Standardsachen sein, weil die natürlich viele von euch sicherlich auch kennen werden. Aber dass man mal so einen Überblick darüber bekommt, völlig unabhängig davon, was für ein Aquarium man hat, wenn man sich jetzt auf einen Kontinent spezialisieren möchte, was wäre möglich? Ah, okay. Na gut, Südamerika sind wir jetzt im Thema drin. Also was halt mal so ganz besonders ist, Südamerika, für mich gibt es so drei große Klassen davon, würde ich jetzt mal so behaupten. Vielleicht revidiere ich das auch gleich alles wieder und erzähle was anderes. Aber es gibt einmal die ganzen Simler, so Punkt 1. Dann gibt es die ganzen Buntbarsche, allen voran die ganzen Zwergbuntbarsche, die ich besonders relevant und interessant finde. Und dann gibt es die gesamte Gruppe der ganzen Wälse, sprich Saugwälse oder auch die ganzen Panzerwälse. Ja, das sind so, sage ich mal, die drei großen Gruppen Südamerika. Jetzt muss ich kurz einmal überlegen, ob ich nicht irgendwie Quatsch erzählt habe. Das meiste, was halt so, glaube ich, den Leuten oder was man so gerne rekennt, sind halt alles mögliche an Simler. Ganz allen voran Klassiker, roter Neon oder auch der normale Neon. Also Paraschadon Axelrodi oder Paraschadon Inesi. Das ist Axelrodi, also sprich der rote Neon. Ganz klassisch, ganz weit verbreitet. In Brasilien bis nach Kolumbien hoch gibt es den Fisch. Den kennt, glaube ich, jeder. Ja, genau so wie das der große Bruder von dem Kleinen. Also es gibt insgesamt drei Neonarten, die relevant sind. Wir haben den roten Neon, das ist der ganz große. Wird so bis zu fünf Zentimeter groß. Also wirklich kräftig große Tiere. Das sieht man relativ selten im Handel, weil die sehr teuer sind. Im Verhältnis zu, sage ich jetzt mal, das sind jetzt Tiere von ungefähr drei Zentimeter. Die können halt fast doppelt so groß werden. Genau, dann gibt es noch blauen Neon und Neon Tetra. Genau, dann gibt es den Neon Tetra. Das ist so der mittelgroße von den dreien. Ja, der hat dann sozusagen das Rot nur bis zur Mitte des Körpers und nicht über den kompletten Bauch. Genau, und umgedreht auch mit dem blauen. Den blauen Strich nicht komplett durchgezogen. Wird halt so zwei bis drei Zentimeter groß. Ja, so eher Richtung drei, dreieinhalb, so groß wird der ungefähr. Und dann gibt es halt den kleinsten Vertreter aus der Gruppe. Ist für mich eigentlich der schönste. Der blaue Neon. Das ist der blaue Neon. Wie gesagt, ist alles relativ, was für einen das schönste ist oder nicht. Lassen wir mal so da stehen. Aber blauer Neon, das sind glaube ich so die richtigen Klassiker. Von den normalen Neon gibt es auch noch so eine Zuchtvariante. Da habe ich noch ein paar da, kann ich mal zeigen. Das ist nämlich der Diamant Neon. Auch ganz witzig eigentlich. Finde ich eigentlich irgendwie gar nicht so schlecht. Da ist nur das Auge blau. Da haben die praktisch, die wurden über viele Jahre, sage ich mal, so selektiert, dass man halt nur noch das Auge mit dem blauen Strich hat und der Rest ist rot. Finde ich irgendwie interessant. Das sind halt, sage ich mal, Neon. Und wenn wir jetzt hier gerade sind, ich habe noch ein paar da, leider nicht mehr so viele, aber einer meiner Lieblings-Simler mit aus Südamerika ist eigentlich ein ganz alter Klassiker. Erkennst du den? Du bist ja der Fisch-Nicht-Kenner, aber vielleicht erkennst du den, ja. Ja, ich dachte erst, es sei meiner, aber ich weiß er nicht. Der hat nicht diesen schwarzen Streifen. Ne, das ist einfach ein schwarzer Neon. Ja, okay. Das war einfach. Genau, Hilfes-Rubrikon Axelrodi. Ne, nicht Axelrodi, Herbert Axelrodi. Entschuldigung, also Hilfes-Rubrikon Herbert Axelrodi, schwarzer Neon. Total schöner Fisch, hat halt so einen goldenen Strich, dann so ein ganz dickes, schwarzes Band. Ich finde die klasse. Der wird halt von der Größe her ein bisschen größer als ein normaler Neon, ein ticken kleiner als ein roter Neon, also irgendwo so zwischen, ja, dreieinhalb, vier Zentimeter werden die groß. Aber ich finde die halt total toll mit diesem orangenen Auge. Schöner Fisch. Passt wunderbar in jedes Südamerika-Becken. So, und dann können wir theoretisch einfach aufstehen und dann haben wir gleich den nächsten Vertreter, den ich ganz toll finde. Kennst du den? Ist es der Kupfersalm? Nein. Also Auszeichnung hängen wir gerade ein bisschen hinterher, weil wir gerade ein bisschen neu strukturieren. Hilfes-Rubrikon A. Lachy, Schilf-Sammler. Habe ich aber zumindest mal gehört. Ist ein ganz toller Sammler, wenn du, ich weiß nicht genau, wie gut du die gleich eingefangen kriegst. Die Männchen bekommen so ganz lange ausgezogene Rückenflossen und auch Bauchflossen. Und wenn die miteinander balzen, stellen die die so richtig doll ab und dann tanzen die auch so miteinander. Sie haben ein super interessantes Verhalten, sind immer sehr schwarmaktiv, kann man hier gut sehen. Anders als bei den Neons, die so ein bisschen explosiv rumschwimmen, sind die wirklich so eng als Schwarm unterwegs. Und ist halt auch ein kleiner Sammler mit so drei Zentimeter Maximalkröße, würde ich sagen. Gehört auf jeden Fall zu den kleineren. Nicht zu den ganz kleinen, aber zu den kleineren. Toller Fisch. Ich würde sagen, wir machen noch zwei Sammler. Also es gibt noch viel, viel mehr Sammler. Aber jetzt haben wir mal so die Hyphes Rubrik uns angeschnitten. Ich würde gerne noch mal Nanostomus anschneiden. Dann können wir ja einfach mal über verschiedene drüber filmen, weil da gibt es auch einige. Hast du nicht mal welche gehabt? Ja, ich habe immer noch welche. Die Rubroquardatus. Ah, die Rubroquardatus. Genau. Jetzt fällt es wieder ein. Dann steigen wir doch bei denen gerade ein. Also Nanostomus Rubroquardatus gehört also zu den Zier-Sammlern. Das ist hier der rote Zwerg-Zier-Sammler. Hier vorne kommt er gerade. Das sind so schön, die dieses rote Ombra haben. Da gibt es jetzt noch den Nanostomus Morton-Tallari. Ja, das ist so der, da oben ist ein sehr schöner Mann gerade. Purpur-Zwerg-Zier-Sammler. Also die wären extrem dunkelrot. Und es gibt noch zwei neue Sorten, wobei ich dir wahrscheinlich nur eine zeigen kann. Das Nanostomus Spets Amaya. Das ist der Full-Red-Tetra, also der komplett rote Zwerg-Zier-Sammler. Total toll. Das ist eine Neuentdeckung aus dem letzten Jahr. Zeichnet sich aus über einen komplett flächig roten Körper. Toller Fisch, super interessant. Witzig ist halt bei denen, dass die nicht so ein wirkliches Schwarmverhalten haben. Die suchen sich eher so kleine, sind eher kleine Revierfische sogar. Also sprich, die suchen sich so kleine Punkte und die Männchen verteidigen die dann auch und balzen da auch. Und die Weibchen wandern zwischen denen hin und her. Das ist ganz interessant. Da gibt es noch einen anderen. Das ist der superrote Zwerg-Zier-Sammler, nämlich der Nanostomus Spets Zinepa. Habe ich jetzt leider hier vorne keine. Haben wir nämlich gerade neu bekommen, sind in der Quarantäne. Leider licht schon aus. Das hätte ich euch auch nochmal gezeigt. Die sind auch ganz toll. Wir haben einen schwarzen Rücken und einen schwarzen Bauchstrich und dann ein ganz knalliges Rot dazwischen. Haben wir bei uns im Shop auch, kann man bestimmt mal sehen. Sehen toll aus. Das sind tolle Fische. Und als Abschluss würde ich gerne noch einen ganz anderen Sammler zeigen. Nicht wundern, die sind ein bisschen dick gerade, weil wir ihn schön mit Athenia gefüttern haben. Aber kennst du den? Den ganz kleinen da? Das ist ein Tucano. Richtig, ja. Tucano-Sammler. Stimmt, die hatte ich nämlich auch schon. Ich, das Tucano. Finde ich auch. Also der ist neben dem, lasst euch jetzt wie gesagt von den dicken Bäuchen nicht beirren, die sind halt gerade schön voll mit Athenia. Aber neben dem schwarzen Neon ist es halt auch ein ganz toller kleiner Sammler, finde ich mega schön. Das ist halt auch wirklich, also viele Farben in einem Tier sozusagen. Ja, so ein bisschen anders, mit diesem orangenen Kopf, sage ich mal, blaues Auge, schwarzer Strich und so weiter. Also das sind wirklich ganz tolle kleine Fischchen, sind auch mit so zwei Zentimeter ausgewachsen, also wirklich so ein Minifisch eigentlich. Also das ist mal so, es gibt wie gesagt noch viele, viele mehr. Wahrscheinlich werden jetzt ganz viele sagen, die jetzt auch noch nennen können und den. Also es ist ja wirklich so gedacht, als grober Überblick, dass man zumindest eine Vorstellung davon bekommt, vielleicht wenn man noch gar nicht weiß. Was gibt es denn überhaupt aus dem Kontinent alles? Ja, also wie gesagt, da gibt es noch, es gibt Königs-Sammler, Kaiser-Tetras, Brillant-Sammler. Ich zähle jetzt einfach mal auf, da kann man ja mal so ein bisschen selber googeln. Also das sind so ganz tolle Fische, Rote von Rio, auch ein ganz toller Fisch, den du gerade genannt hast, der Kupfersammler, ist ein bisschen ruppiger Fisch, aber sehr schön, ähnlich wie der Blutsammler. Also da gibt es wirklich ganz viele verschiedene Arten. Gut, da haben wir mal kurz die Sammler angeschnitten, dann kommen wir zu einer, ja, mir doch recht lieben Gruppe, nämlich die Zwergbundbarsche. Ich bin so ein Apistogrammer-Fan, oder wie gesagt, von den ganzen kleinen Minibarschen. Es gibt auch so größere Geophagus, da haben wir auch welche da, können wir kurz mal drüber filmen. Ist jetzt eher was für spezielle Aquarien, wenn man wirklich große Aquarien, weil die Tiere 25 Zentimeter, da reden wir über Aquarien von 3, 4 Meter Größe, 3, 4.000 Liter, ist jetzt nicht so der Stand, über den wir heute reden wollten. Aber die kleinen Zwergbundbarsche, die kann man wiederum sehr gut in so kleineren Aquarien auch halten. Und da gibt es noch einige sehr interessante, schöne Tiere, ja. Wir haben hier so ein paar Wildformen, da können wir ja mal mit anfangen. Apistogrammer Atahualpa, da sieht man die schönen großen Männchen, die so ganz orange werden. Ein Atahualpa ist irgendwie, ich will nicht lügen, ich meine, ist nach einem Sonnengott benannt, der Inkas. Bin mir aber nicht ganz sicher. Aber irgendwie sowas habe ich da mal gehört. Ganz tolle Tiere, die Männchen kriegen halt so richtig große Kämme auf der Rückenflosse, ganz orange-rot der Bauch. Und die Weibchen werden später, wenn die mal so in Leichtstimmung kommen, man sieht es, da ist so ein Weibchen, so ein kleines, über der Höhle gerade. Die werden auch so, ja, so dunkel-orange-gelb werden die nachher von der Färbung, super schöne Fische. Gerade wenn die so in Leicht kommen oder, siehst du ja, wie sie jetzt verteidigt da ihre kleine Höhle. Gerade wenn die anfangen dann so in Leichtstimmung zu kommen, super interessant. Ja, die verstecken sie, sie sind auch relativ frisch da. Wir können mal in der Etage rüber gehen. Ich habe hier noch einen sehr schönen Apistograma McMastery Super Red. Das ist eine Zuchtform, die gibt es auch als Willform. Ist dieser schon sehr ähnlich, das Rot ist noch nicht so intensiv. Und in den Zuchten werden halt gern schon mal so Farben gerade rausdelektiert. Aber es ist ein toller Fisch, auch eher einer der kleinen, also der Artoa Piper eben ist schon einer der größeren, mit so 8, 9 Zentimeter. Der ist eher einer der kleineren, nur bis zu 6 Zentimeter, kann man schön halten. Tendenziell hält man die so im Haaren, sprich ein Mann mit mehreren Weibchen, die sind polygam. Das bedeutet, die Weibchen haben dann ihre, besetzen ihre Höhlen und das Männchen bewacht das große, gesamte Objekt dann. So leben die eigentlich und der hat dann auch mit mehreren Weibchen zusammen Jungfische. Also das ist wirklich, das ist so eine polygame Gruppe. Bisschen schwierig ist es, dass leider in den Nachzuchten die halt immer sehr gleich ausfallen, weil man fast immer nur Paare bekommt. Also man kriegt selten wirklich ein Haare. Daneben haben wir auch noch einen schönen Vertreter, einen der kleinsten. Das ist Apistogramma Borelli Opal. Da gibt es auch einen normalen Borelli. Opal zeichnet sich durch diese schöne Gesichtsmaske aus, also mit diesen blau-roten Mustern im Gesicht. Daran erkennt man den Opal, das ist halt das Männchen dann. Die sind jetzt noch relativ klein, die werden nur so drei, vier Zentimeter groß, die Männchen. Die Weibchen sogar nur so zwei, zweieinhalb. Daneben ist gerade ein kleines Weibchen, kann man schön sehen. Hat halt nicht diese Gesichtsmaske und hat auch so eine ganz andere Körperzeichnung. Oft haben die Weibchen auch schwarze Brustflossen. Also man geht davon aus, die werden so richtig zitronig-gelb, wenn die Babys haben. Und dass das wie so eine Art, naja, wie so ein Code ist für die Babylarven, Babyfischchen, um halt zu erkennen, dass das die Mama ist und so weiter. Also auch jeder Apistogramma hat auch eine andere Zeichnung von den Weibchen her. Genau. Ja, da kommen wir noch zu einem Klassiker, den vielleicht auch schon wieder viele kennen. Apistogramma kakadoides, hier jetzt in der Doppelrot-Variante, eigentlich schon fast dreifach rot. Doppelrot bedeutet Rückenflosse, Schwanzflosse rot. Und die Afterflosse ist eigentlich dreifach rot, also die sind nicht komplett gefärbt, deswegen gilt die als Doppelrot. Einer der weit verbreiteten Apistogrammas, die es eigentlich so im Handel gibt. Super schön, kann man halt auch gut für Gesellschaften mit anderen Fischen. Klar, Thema Garnelen ist immer so, wird uns viel gefragt. Man muss halt wissen, jeder Fisch beißt in der Garnelen rein, wenn er meint, er kann die fressen. Und das ist halt immer so ein Risiko, muss man halt wissen. Hier nebenan ist auch nochmal der gleiche Fisch. Da in der Variante Super Orange, bedeutet praktisch, man sieht schon, Maserung in den Flossen, sondern es ist ein gleichmäßig durchgehendes, schönes Orange. Ja, das ist also auch eine Zuchtform. Genau, so, dann haben wir doch mal so einen kurzen Ausdruck noch zu Apistogrammas gemacht. So, und dann vielleicht auch noch so ein paar Sachen für die Leute, so 500 Liter, 1000 Liter. Da können wir gleich nochmal, wir können gleich mal hinten bei den großen Fischen nochmal gucken gehen. Ich hätte jetzt erstmal gerne noch Wälse gesprochen, weil das so, weil die drei Gruppen nicht angekündigt habe. Und dann können wir ja nochmal über große Fische kurz reden. Also wir stehen ja hier von den schönen Skalaren, guck mal gleich nochmal rein. Okay. Aber Wälse. Also, ich hatte gerade erklärt, es gibt halt zwei Gruppen. Es gibt einmal die Panzerwälse. Kann man eigentlich immer sehr schön erkennen. Das sind so kleine, es gibt Langschnauze und Rundköpfe, aber ich sage mal eher so rundköpfige kleine Wälse, die halt vermehrt auf dem Boden leben, die auch wirklich Sandboden brauchen, um den Boden richtig schön durchzuwühlen. Hier haben wir jetzt einen besonders hübschen Vertreter. Das ist ein Corridoras Orange Laser, nennt sich das, oder Gold Stripe auch genannt. Auf den schönen goldenen Strich hinten am Rücken kommen aus, ich glaube, jetzt bin ich zu innen, ich will jetzt nicht lügen. Das sind aber hier Nachzuchten auf jeden Fall. Also die meisten Corridoras, die man so bekommt, sind fast schon immer Nachzucht mittlerweile. Da gibt es kaum noch Wildfänge oder sehr wenige, weil die halt dann relativ teuer wären. Aber das ist halt ein sehr schöner Vertreter da, dieser Gold Stripe. Hier drüben haben wir einen, der ich wieder, also ihr werdet es wahrscheinlich merken nachher, dass ich irgendwie auf die farblosen Tiere so stehe, aber das ist halt der Juli, also der Leopardpanzerwels. Auch so ein ganz toller Vertreter eigentlich dieser Gruppe. Ihr seht schon, sind halt Schwarmfische, die halt immer in so einer Gruppe leben, weil die kriegen da die Sicherheit. Sprich, viele Augen sehen viel und dadurch sind die Tiere halt deutlich aktiver. Genau. Hier können wir auch gerade schön sehen, haben wir auch noch den anderen Vertreter, den ich gleich auch noch drauf eingehe, nämlich Saugwelsen. Das ist jetzt hier ein L183, das ist ein sogenannter Weißsaumanziss. Also der hat jetzt nicht die Weißpünktchenkrankheit oder sowas, sondern der Fisch sieht so aus. Ganz schwarzer Fisch, der hat viele weiße Pünktchen und wenn wir den jetzt mal von der Seite sehen könnten, man sieht so ein bisschen an den Rändern der Flossen, die haben nachher so einen weißen Saum. Aber da gucken wir uns gerne noch ein paar schönere an oder ein paar andere. Da haben wir einige schöne Sorten da. Noch mal kurz zu den Panzerwelsen. Hier so drei Klassiker. Pandas. Wunderbar, guck mal. Die kennst du sogar du, ne? Corridoras Panda. So mit einer der meistverbreitetsten, glaube ich, die auch sehr bekannt sind. Genauso wie nebenan der Nachbar. Nämlich finde ich auch recht hübsch, ist der Marmor-Panzerwels, Corridoras Palaeatus. Das finde ich sehr interessant. Das ist eine ganz coole Farbe. Ja, der hat so einen Blauglanz auch wieder auf den dunklen Flecken drauf. Sind auch Nachzuchten natürlich. Also das sind halt wirklich alles Nachzuchten. Die kriegst du, glaube ich, so gar nicht mehr als Wildfang. Oh, das lohnt sich wahrscheinlich gar nicht, die zu importieren. Aber da wird halt wirklich auf Nachzucht gesetzt. Tolle Fischchen. Wichtig ist bei den ganzen Panzerwelsen, hier drüben können wir nochmal den normalen Metallpanzerwels zeigen. Das ist so ähnlich wie der Goldstar, den wir gerade gesehen haben. Das ist halt jetzt so ein ganz normaler Metallpanzerwels. Was ich gerade sagen wollte, ist wichtig ist halt, Panzerwelsen sind keine Reste vertilgert. Also man muss die wirklich aktiv füttern. Also die Fische können sonst auch schon mal schnell verhungern. Also da sollte man schon gucken, dass man da auch wirklich die beifüttert, dass sie auch wirklich was abkommt. Guck mal, hier sieht man es gerade, wie schön sie ihre Nase in den Boden reinrammen. Musst du mal gucken, jetzt hört er wieder auf. Ja, aber hatte ich auch gerade schon einmal. Ah, okay, wunderbar. Also das sieht man schon, dass sie wirklich den Boden praktisch nach so kleinen Würmern und Mollusken oder was weiß ich auch immer durchsuchen. Und ja, wirklich da auf der Jagd sind oder auf Futtersuche halt. Also wichtig ist, auf jeden Fall gut zufüttern. Und dann will ich noch von den Panzerwelsen noch einen recht hübschen zeigen. So zum Abschluss. Kennst du den auch schon? Ne. Corridoras Equus oder auch Dreieckspanzerwels genannt. Ja, da ist er. Wunderbar. Corridoras Equus. Also ich finde einer mit der schönsten Panzerwels. Ich finde diesen Smaragd grün-schwarz mit dem orangenen Band an den Augen. Also es ist wirklich ein ganz toller Wels. Ich muss doch gerade so ein bisschen überlegen. Ich finde es tatsächlich recht schwierig, die Farbe einzuordnen. Mein erster Impuls war auch grün, aber es ist auch blau irgendwie. Ja, also für mich sieht es aus wie so ein schwarzer Körper, der so ein Smaragd... Ja gut, die Seitenplatte sieht eher türkis schon wieder aus. Ja, also ganz interessant. Okay, jetzt können wir hier so einen Farbtest machen. Naja, okay. Auf jeden Fall einer mit der schönsten Panzerwels, finde ich, die es so gibt am Markt. Lässt sich auch toll halten. Kommt auch aus Brasilien. Also schöner Fisch, ne? Ja, wir können aber gleich hier bleiben. Ich habe hier so einen ganz urigen Vertreter. Die haben wir vorhin schon mal geguckt. Ja, habe ich gerade schon gesehen. Diese harten Winger hier. Ja, da drüben liegt es auch nochmal. Ich kann nochmal rausholen. Das sind sogenannte Chameleonwelsen. Ganz wichtig bei denen ist, die brauchen halt wirklich einen Boden, wo sie sich schön eingraben können. Ja, weil der ist dann gleich direkt wieder weg. Ja, jetzt hier die großen nicht so. Die haben nicht so viel Angst, aber die kleinen schon eher. Aber ganz tolle Welsen, die auch sehr differenziert sind. Dieser jetzt hier zum Beispiel hat ein sehr starkes Marmormuster vorne im vorderen Bereich mit einem schwarzen Band. Wenn du jetzt hier hinten mal guckst, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob die deswegen vielleicht auch Chameleonwelsen genannt werden in Deutsch. Ja, der ist schon sehr schwarz, ne? Genau, der ist komplett dunkel im vorderen Bereich. Der hat dann praktisch die kleinen Marmor als Band. Ja. Guck mal, jetzt ist er weg. Jetzt zieht er sich einmal einmal in den Sand rein. Genau. Wir haben hier vorne auch noch welche, ne? Guck mal. Also die variieren wirklich ganz extrem. Jetzt muss ich mal gucken, ob wir mal hier einen finden überhaupt. Wir haben vorhin schon mal gesehen. Ja, guck mal, da liegt der. Siehst du? Ich gehe mal kurz rein. Da. Seht ihr ihn? Wir hätten gesehen. Das ist nicht der hier. Aber da kommen die Augen. Und da ist er. Ja, da ist er noch mal ein klein. Und die variieren wirklich ganz stark. Jetzt sieht er noch mal ganz genau so, wie die große. Aber wir haben vorhin schon noch gesehen. Zack, weg war er. Also das, da sieht man auch auf jeden Fall, das ist ein Fisch, der auf jeden Fall einen schönen, sandigen Boden braucht. Auch einen feinen, sandigen Boden. Und die variieren wirklich, die sind teilweise so halb schwarz, halb weiß. Und dann, also ganz irre Farben gibt es davon. Da muss man halt mal gucken. Ist natürlich was für absolute Liebhaber. Das haben wir ja vorhin schon gesagt. Ist ein Fisch, den kauft man sich. Man denkt, man hat nie wieder was davon. Und muss man halt beobachten. Ich finde es immer total spannend, die wiederzufinden. Weil auf den, man sieht eigentlich immer nur hier, da, guck mal, da liegt der nächste. Man sieht ab und zu so ein Augenpaar. Ja, dann sieht man so ein Augenpärchen. Ja, dann weiß man, ah, da liegt er. Aber du hast ja auch schon gesagt, beim Füttern kommen sie dann eh raus. Ja, also genau. Die fütterst du halt am ehesten mit Würmern und sowas. Also Tubifex oder Glanzwürmer oder sowas. Und das holen die sich dann. Deswegen, die buddeln sich dann auch und gehen auch durch den Boden durch. Also ich finde die super interessant, super schön, super spannend. Ja, so ist es gut. Einfach toll. Ja, was haben wir denn noch so für Vertreter? Hier, wunderschön. Zeigt er sich gerade. Ein blauer Phantomwels. Ja, total toll. Das L128, einer mit der schönsten Vertreter. Einer der wenigen wirklich auch noch blauen Welser, wo man das auch schön sehen kann. Also einfach wirklich tolle Fische. Dagegen gibt es dann noch, das ist praktisch der blaue Phantomwels. Und dazu gibt es noch den gelben Phantomwels. Suchen wir gleich nochmal. Ich habe hier noch einen. Das ist der L81, Golden Nugget. Das sind jetzt alles nichts super Besonderes. Also das findet man auch häufiger und öfter. Aber es sind halt trotzdem sehr, sehr schöne Tiere. Dann haben wir natürlich noch den, den du früher hattest. Pecoltia Comta. Pecoltia Comta. Da unten sitzen sie. Eine ganze große Bande. Also wirklich einer der mit schönsten Welser, finde ich überhaupt. Also mit so einem tollen, kontrastreichen Muster, mit diesen schönen Bändern und so weiter. Ich finde die super klasse. Auf jeden Fall. Also ich hatte auch viele Freunde da drin. Relativ einfach zu halten. Ist ein Allesfresser. Futtert irgendwie alles. Pflanzen muss man halt so ein bisschen aufpassen. Ist so ein bisschen bedingt. Das ist bei denen hier ganz anders. Also konnte ich bei mir zum Beispiel auch nicht bemerken, dass meine irgendwie auch Pflanzen... Weil es ja feinfrierige Pflanzen gab. Ja, nicht nur. Ich meine, es war ja ein Lotus drin. Ja, ne, 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 nur Doris war nicht drin tatsächlich. Ja, das ist so immer so, das ist so für mich immer die Pflanze, um zu gucken, ob die die wirklich futtern oder nicht. Also der hier ist auf jeden Fall einer, der die Pflanzen kaputt macht. L 204, ein sehr, sehr schöner Welz. Ein sehr wuseliger Welz. Ja, das ist halt... Also ihr merkt schon, die wollten, ach, da sind Würmer, deswegen waren sie da unten. Das sind halt Tiere, die eher nacht- und dämmerungsaktiv sind. Das ist also kein Fisch, wo man tagsüber viel von hat. Ja, das war auch mit dem L 134 schon so tagsüber, du hast sie nicht gesehen, aber wenn das Licht aus war, dann kam sie raus. Ja, und sie gewöhnt sich auch so ein bisschen an die Zeiten. Also sprich, wenn praktisch sie wissen, ah, also die Zeitschaltuhr, jetzt schaltet die gleich aus, dann werden die auch schon so eine halbe Stunde oder eine Stunde vorher mal eben aktiv, ne. Ah, da ist er, guck mal, da ist der gelbe Phantom. Den wollte ich gerade noch zeigen. Das ist praktisch das Pendant zum blauen Phantom. Oh, super toll. Da gibt es zwei Varianten von. Das ist jetzt hier die Lofin-Variante. Hast du ihn drauf? Ja, man konnte ihn zumindest kurz sehen. Da ist er, guck mal. Also das ist halt, ja, er heißt gelber Phantom, ja, man kann sich drüber streiten, ob man ihn auch Grün-Phantom nennt. Ich weiß es immer nicht. Ich habe hier oben noch einen ganz kleinen, ganz sehr gelben drin. Also, wie gesagt, die werden als gelber Phantom gehandelt. Toller Fisch. So, jetzt machen wir noch zwei, drei so ein bisschen abgespacede Arten an den Welsen. Dann sind wir, glaube ich, auch mit Südamerika gut durch. Was auf jeden Fall mega genial ist, was ich lange nicht hatte oder was ich das erste Mal in dieser Größe überhaupt habe. Nadelwelse. Das ist Phalovela platistrinus, also einen langen Nasennadelwels. Man sieht, die haben halt so ein großes, langes Rost rum, womit die wahrscheinlich, wir vermuten das, auch damit durch den Boden so gehen, den so auffüllen und dann auch da wieder aktiv nach, ja, ich sage jetzt mal, wieder Würmern, Molusken, was auch immer, also Nahrung suchen im Boden. Also deswegen auch da hier wieder ein sandiger Boden, wo die den dann schön durchwühlen können. Ein Klassiker auf jeden Fall, der genannt werden sollte, finde ich, sind Othocynchlus affines oder Othocynchlus phytatus, also sprich, der kleine Orgitterhahnenschwels, sehr bekannt. Wichtig ist bei den, ich finde, das sind Nahrungsspezialisten, das sind also keine Tiere, die man in frische Aquarium setzt, das sind keine Tiere, die man, also man muss die halt wirklich verpflegen, also da muss man Zucchini füttern oder Salat oder wirklich Algensteine vorbereiten, dass sie wirklich viel zu essen bekommen. Aber dann sind das eigentlich ganz tolle Pfleglinge, einmal gut eingewöhnt, geht es denen auch gut, aber man muss sie halt wirklich auch gut zufüttern. Ja, kleiner Fisch, drei Zentimeter. Dann zeige ich noch zwei Vertreter aus denen, weil die so ein bisschen besonderer sind. Wir haben einmal so zwei Paar Othocynchlus, der eine ist Bahaensis, den hatte ich dir in einem anderen Video schon mal gezeigt, aber der passt jetzt hier wunderbar mit rein. Das ist auch so ein kleiner Zwerg, Schilderwels, aus der Gattung Paar Othocynchlus, der hat keinen richtigen deutschen Namen. Auf jeden Fall, was ich erkannt habe, hier sind auch supergute Algenfresser, wie man sieht, die ganze Wurzel war mal grün, haben sie wunderbar abgeweidet, haben halt eine schöne Körperzeichnung, sind halt so ein bisschen grünlich-braun mit diesen Flecken drauf und der hat noch einen auch recht bekannten Bruder, der als letztes Jahr auch wieder ein bisschen zurückkam ins Hobby. Oh, das ist auch nochmal ein schöner Phantom, der liegt richtig schön da. Da kann man halt sehen, warum der gelber Phantom heißt. Ja, das ist schon sehr gering. Ja, die variieren sehr stark von wirklich diesem grün, was du vorne gesehen hast, bis hin zu so gelb. Die können teilweise noch heftiger gelb sein, also wirklich tolle Sachen. Genau, dann haben wir zum Abschluss noch den letzten kleinen Saugwels, nämlich Paarotocynchlus Haroldoi. Den kennen vielleicht ganz viele schon, Martin hat den auch schon mal nachgezüchtet und so weiter. Einer der vielleicht schönsten Neuerungen oder Neuentdeckungen sowas in den letzten Jahren oder Wiedereintdeckungen in den letzten Jahren. Sind ganz kleiner, maximal so zweieinhalb, drei Zentimeter großer Zwergschwellerwels, Pechschwarz mit weißen Punkten. Einmal eingebunden, toll zu halten. Man sieht übrigens gerade auf der kleinen Höhle, wie toll die auch die Algen fressen. Also dieses Helle haben die quasi schon abgeweidet. Also das machen wir auch ganz gern, dass wir halt, wenn wir so veralkt gekramt haben, legen wir das dann mal da bei solchen Tieren rein, damit die halt auch sich schön ernähren. Ja, das ist mal so der grobe Überblick über Saimler, Zwergbundbarsche und Welsen. Und jetzt können wir ja nochmal, wenn du willst, einen ganz schnellen Flug über ein bisschen größere Fische machen. Gerne. Das, was ich jetzt so, das ist meine Entdeckung aus den letzten Jahren. Ich werde wahrscheinlich jetzt gleich verteufelt, aber ich finde sie nach wie vor ganz toll. Rio Negro Skalare, das sind Wildfangskalare. Also so sieht der ganz normale Skalar eigentlich in der Natur aus. Also wirklich auszeichnend halt diese schönen langen Finnen, also diese Brustfäden, sage ich jetzt mal, das sind die Brustflossen, aber auch die Flossen ganz allgemein. Also es ist wirklich ein super toller Fisch. Ich bin total begeistert, wenn ich die sehe. Also sie sind ein schön ruhiger Fisch. In der Gruppe kann man die schön in so einem großen Aquarium halten. Ich sage mal so ab 1,50 Meter. Die schönen roten Augen, also ich finde die ganz toll. Wird eigentlich fast nur noch getoppt von da oben. Ja, Synthesodon Discus, sprich der Discusfisch. Das ist jetzt ein Teferoyal, also auch ein Wildfang, sprich aber mit so tollen Farben, also dieses wirkliche Rot-Braun mit diesem Türkisenband. Und das Schöne, warum Teferoyal, guckt mal rum, die kriegen ganz viele Punkte irgendwann mal. Also mit der Zeit, wenn die älter wären, die Fische kriegen halt ganz viele rote Punkte. Und das ist praktisch dieses Teferoyal. Auch nur was für wirklich große Aqualen, ich würde mal so ab 500 Liter sagen. Nebenan, vielleicht einer der mit größten Tiere, die es so im Aquarium aus Südamerika gibt, was so regelmäßig gehalten wird, Cereophyllum altum, der Altum Skalar. Sind hier noch, was haben sie jetzt, Körper vielleicht so 6 Zentimeter im Durchmesser ungefähr. Das wären Tiere, die können bis zu 70 Zentimeter hoch werden. Also von Ende-Bauchflosse oder Afterflosse bis hin zur Rückenflosse können die wirklich so 70 Zentimeter hoch werden. Also die brauchen wirklich so Aqualen so Meter hoch, Meter 20 hoch. Das sind halt sehr vertikale Tiere. Also die haben halt viel Höhe. Die werden sehr beeindruckend, die kriegen so eine ganz, ganz enge Stürmung. Aquariumbauten auf Instagram, der Dirk, der hat so ein Altum Aquarium. Der hat schon relativ groß in seinem riesengroßen Aquarium sitzen, da kann man das schon mal schön sehen. Wirklich tolle Tiere, sehr beeindruckend, aber ich finde Skalare allgemein, viele finden die sehr langweilig. Ich finde schon, dass die eine gewisse majestätisch sind. Also die haben schon so eine, ich finde sie toll, sind tolle Fische, die einfach eine gute Ausstrahlung mitbringen. Dann können wir noch mal ganz nach hinten gehen. Hier waren wir gerade schon mal, da haben wir gerade mal den gelben Phantom abgefilmt. Hier haben wir noch ein paar Fische, die auch relativ groß wären. Geophagus altifons, also das sind sogenannte Erdfresser. Also man sieht schon, die Fische sind halt sehr bodenorientiert. Man kann auf dem Boden auch schön die Löcher sehen, die kauen den Sand so richtig durch und suchen nach Futter. So Fische füttern wir ganz gern mit so Glanzwürmern oder so was, also Sachen, die halt im Boden verschwinden und dann seht ihr das, jetzt hat der eine das gerade gemacht, die nehmen dann den Sand in den Mund und durch die Kiemen wird er dann wieder ausgeschieden. Das soll wohl auch für die Kiemreinigung mit dazu sorgen, also wirklich tolle Fische. Die sind hier halbwüchsig, also die werden ungefähr 25 Zentimeter groß. Ich schätze, diese haben jetzt hier so um die 10, ja, wird aber ganz toll. Also die kriegen diese schönen orangenen Flossen, man sieht schon die Zeichnungen in den Flossen drin und dann kriegen die so ein Glanzschuppenmuster auf dem Körper. Wirklich ganz tolle Tiere, werden halt relativ groß. Der vielleicht noch etwas schönere Vertreter ist Geophagus zwenni. Da hinten steht er, das kommt, das haut er natürlich gerade ab. Es sind ein paar mehr, da kommt er wieder vor. Derzeit sehen sich halt komplett durch diese ganzen Glanzschuppen aus. Wird auch so 20 Zentimeter groß, also werden auch relativ große Tiere. Sehr friedlich, kann man eigentlich auch mit vielen anderen Fischen zusammenhalten. Wichtig nur hier ist auch, ganz kleine Fische sind halt auch Opfer, die werden dann auch gegessen. Also mit einem Neon wird das nichts. Man muss dann auch dementsprechend große Beifische haben. Da gibt es dann verschiedene große Seimler, die man da dazusetzen kann. Das passt. So, dann haben wir hier noch. Der hätte damals auch in deinem Biotop-Accord gepasst. Das ist Tapajos Redhead, also auch ein Geophagus. Zeichnen sich halt aus durch diese schöne orangenen Stirn. Kriegt dann halt auch so ein schönes Zeichnungsmuster. Auch noch halbwüchsig, also die werden auch gut doppelt so groß. So auch an die 20 Zentimeter können die werden. Also ganz tolle Fische und die halt im Alter immer wieder diese starke Orange kriegen auf der Stirn. Und wenn die so richtig in Stimmung kommen, dann leuchtet das sogar so richtig. Also es ist unglaublich, wie intensiv, fast so wie so Neonfarben wird das nachher. Ganz toll. Und dann haben wir doch so ein paar große auch mal gesehen. Ja, das war doch schon mal ein schöner Überblick auf jeden Fall. Ich denke auch. Ja, genau. Was ich noch kurz zeigen wollte, weil wir gerade bei Großfahren, gibt es auch diese ganzen Zuchtformen von den Skalaren. Es gibt hier so ganz weiße Platinum-Skalare oder schwarze Marmor-Skalare, die Goldenen-Red-King-Skalare oder dann halt auch farbig die Roten, die Red-Devil-Skalare. Das sind halt aber so Zuchtformen. Man sieht halt da leider auch schon auch an der Körperform, dass sie halt nicht mehr so diese wirklich schön ausgeprägten Flossen halt haben. Das ist leider bei den bei den Zuchten halt, bei den Nachzuchten so ein bisschen die Sache. Aber trotzdem schöne Tiere. Ja, super. Dann haben wir doch einen guten Überblick, glaube ich, so über Südamerika gehabt. Langer Ausflug. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, es ist auch mit die größte Gruppe, über die wir am meisten erzählen können. Wollte ich gerade sagen. Schauen wir mal, was die anderen Kontinente so bringen. Mehr im nächsten Video auf dem nächsten Kontinent. Wo fliegen wir hin? Das Cliffhanger. Ja, würde ich auch sagen. Also wir fliegen jetzt von Amerika, fliegen wir nach Australien, dann könnten wir danach nach Asien fliegen und zum Abschluss Afrika machen. Okay, dann machen wir das.